Welche Aufgabe hat ein Gebäude? Es ist Zuhause. Es ist Schutz. Es ist Raum für Ideen. Für Selbstverwirklichung. Für Versorgung. Für Weiterentwicklung. Es ist ein Werk, welches gleichzeitig viele Funktionen hat und Bedürfnisse stillt. Ein Gebäude zu bauen ist eine große Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen. Unser Kunde vertraut uns ein Stück seiner Verantwortung an. Eine Verantwortung, die Fähigkeiten und Eigenschaften von vielen erfordert und von uns im Team getragen wird. Etwas, was uns zu über 100 Hoffnungsträgern macht. Ideen und Innovationen, die nicht im Korsett entstehen, sondern in einer Freiheit, die Gestaltungsspielraum und Innovation ermöglicht. Das Interesse am Gegenüber, egal ob Kunde oder Kollege, welches uns motiviert, unkonventionelle Wege zu gehen, um unseren Kunden und Partnern ein gutes Ergebnis zu liefern. Das Ziel, Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern durch kreative Methoden und zielgerichtete Präzision zu übertreffen. Der Grundsatz, authentisch zu sein, unseren Werten treu zu bleiben, nur das zu versprechen, was wir halten können und wollen. Alles das sind wir. Strategen, Architekten, Ingenieure, quer, frei und Weiterdenker. Und das alles bringt uns ein Stück näher an unser gemeinsames Ziel, Gebäude zu bauen, um dem Leben einen Rahmen zu geben.